ja hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge ls 19 management schön dass dabei seid ja wer auch fertig ist der 10 50 gute erreicht das heißt ist der fertig mit ansehen ich weiß es muss gleich mal schauen wer auch gleich fertig sein wird ist der links der ich dachte erst es wäre hier unser links scheint aber nicht so das heißt ich werde jetzt einmal hier wenn ich noch mal in langen wie es aussieht ja und dann werden wir dementsprechend das gras weiter einsammeln damit der erste schnitt hier runter ist oder erste silage produziert wird nur heu trocknung weiß ich gar nicht ob wir noch heu trocknung haben ja beim mais bin ich mir noch nicht sicher ob wir da nicht zu früh gemäht haben gesät haben so der ist fertig das heißt man könnte eigentlich hier noch das feld ringsherum die game ist auch fertig ich werde wahrscheinlich nicht mehr so oft lang müssen das heißt dass den kurs brauchen wir nicht gespeichert hier du 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 so auf zum nächsten feld werden recht normal saatgut nachholen nächstes feld würde ich schon wieder mais gern machen gerade runter haben wir noch geschafft dazu tut er auch direkt nach oben setzen zum nächsten feld jetzt haben wir es auch hier so aber stroh wäre auch gebrauchen hier stroh kommen aber gut stroh glaube ich 13 generieren für 13 rund kurs er zweimal generieren hier haben wir noch deaktivieren von vorreißer sehr gut nicht viel dass wir können abfahrer einstellen und er kann los haben wir jetzt echt hafer einstellen und los den können wir auf jeden fall speichern feld 13 ansehen das ist dann hier f 0 13 ansehen an f 0 13 ansehen f 0 13 ansehen ok da hat er doch noch etwas ist aber bald leer auf der anderen seite das können wir mal eben stoppen so im big m können wir mal eben noch entlassen ja hier zack abfahrer entlassen hier 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 zum hof wir haben schön zwei wiesen dürften wir einigermaßen mit auskommen hier wieder zu gern gerast ich will mal sehen ob es wirklich einen bauern gibt wo der zug so über die links rast über den hof rast so werden viel tappen also es ist ja ok genau den werden wir gleich hinten erstmal entlassen jetzt regnen ja es regnet den ganzen tag aber wir brauchen den regen glaube ich fürs ansehen ist das bestimmt gut hier wenn wir hier gucken jetzt sind wir mittlerweile hier im Mais so irgendwas wirklich gerne ich oder wir der scheiben mich ja schiebt ja fast ein derzeit können sogar wasser gefrieren da ist noch ein bisschen was drin haben wir noch ein feld danach zu bestellen warum zahlen wir keinen lohn so viel helfer oder er geht wirklich am tag runter so dann haben wir jetzt noch was mit stroh ist schon mal gut das große fett wenn wir auch meist machen so 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 hier noch holz aus es läuft schon richtig stabil auf dem single wenn man alleine spielt ist schon angenehm wenn sich so ruckelt dann sehen wir wie viel noch irgendwo drauf sind und fehlt so gefällt mir sehr gut ein bisschen autodrive müsste man noch ein bisschen besser einsetzen glaube ich aber wir sind in hofnäge von daher kann ich gut so ein bisschen den springer machen so 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 also drei ladungen ist schon okay für den ersten schnitt nach da so machen wir ja auch schon Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja... Guck mal, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Denn, wir haben die Folge durch. Ja, wir werden das noch eben wegbringen. Dann haben wir auch gut, äh... Gut, Silage vorbereitet. Zack. Okay, wir werden hier rein. Okay. 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 So, das haben wir jetzt hier. Und damit verabschiede ich mich für die Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dann lasst einen Daumen da. Ja, wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt, schon am Montag. Ansonsten Sonntag, Livestream hier auf Münsterland TV. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020